ja hey leute und willkommen zu diesem video ja ich hatte euch ja gefragt ob ihr mir fragen stellen wollt also könnt da ist aber nicht so was von viel aufgekommen deshalb habe ich dann auch noch mal auf whatsapp gefragt und da sind dann schon mehr fragen aufgekommen und diese werde ich jetzt einmal beantworten es sind jetzt nicht so was von mega viele aber es sind schon ein paar fragen dann kommt jetzt auch bald noch der nur ein wort tag und der dies oder das tag aber den mache ich dann mal anders ja also fragen und antworten wie alt bist du ich werde im juni 12 was machst du in deiner freizeit also meine freizeit gehe ich sehr gerne also gehe ich reiten ja magst du wölfe ja ich liebe wölfe also das sind meine zweitlieblingstiere seit wann sammelst du braille braille haben dich seit so ungefähr 2014 seit wann damit zu schleich 2013 irgendwas ich glaube ende 2013 wie bist du auf schleich gekommen wir waren da aus dem weihnachtsmarkt und da habe ich halt drei gesehen und da habe ich mir die mitgenommen da fand ich das einfach so was von schön dass ich mir dann mehr geholt habe wie bist du auf braille gekommen also ich wusste erst nicht so was braille ist habe einfach mal so auf ebay rumgeguckt so nach pferde eingegeben und da kam dann halt das classic was ich jetzt nicht mehr habe ja und da habe ich dann mir deshalb gekauft und da habe ich dann eine zeit lang halt nicht so verstanden braille und alles dann habe ich immer mal so im internet rumgeguckt und auf youtube bis ich dann gesehen habe dass stable made classics und 3 es gibt und dann habe ich mir auch mein allererstes 3 gekauft und so bin ich dann halt auch auf braille gekommen was ist dein holy grail von allen mein absoluter holy grail ist morgama ich liebe ihn wie viele schleichpferde hast du das weiß ich gar nicht weil ich irgendwann bei 97 aufgehört habt so zählen und ja da habe ich jetzt auch echt kein bock die alle durchzuzählen sammelst du lieber schleich oder braille das kommt jetzt ganz drauf an weil manchmal an manchen tagen mag ich schleich mehr und dann mag ich mal braille mehr aber vom sammeln her ganz einfach braille weil mit schleich da musst du dich nicht so viel beschäftigen du kannst das geschäft das finde ich schön und das finde ich schön dann kannst du dir für 20 euro schon drei oder vier pferde holen und bei braille da musst du halt auch dich damit schön beschäftigen du kannst im internet rumgucken du kannst das pferd suchen was du gerne hättest ja dann hast du erstmal keine lange weile und es macht halt auch einfach mehr spaß und da geht halt auch diese freude nie so dolle runter weil man sich halt auch immer wieder freut weil dazwischen ja auch immer platz ist weil man ja sich nicht sofort immer für circa 50 euro und braille holen kann ja also braille was hast du zu ostern bekommen also zu ostern habe ich ganz viel süßigkeiten bekommen die auch hier rumstehen und eine dvd die heißt shopaholic die schnäppchenjägerin ja lieber ein magisches einhorn oder ein donut okay ich denke ein magisches einhorn weil von magischen einhorn das läuft dir nicht immer über den weg und ein donut den kannst du dir immer selbst machen von daher was ist dein ziel auf youtube das ist jetzt die krönende abschlussfrage die habe ich mir extra bis zum ende aufgehoben weil ich diese frage sehr schön finde und auch eine echt gute frage mein ziel auf youtube ist ganz einfach dass man dass ich euch vielleicht mal mit irgendeinem video ein lächeln ins gesicht zaubern kann dass es euch spaß macht meine videos zu gucken manche haben das ziel über die hunderte grenze zu kommen manche haben das ziel die eine million zu schaffen aber ich habe einfach nur das ziel dass vielleicht mal welche über mich sprechen ja guck mal diese youtuberin die mag ich die macht coole videos und dann vielleicht auch ähm dass ich euch ein lächeln halt ins gesicht zaubern kann wie schon gesagt und dass ich dann vielleicht auch mal diese ganz großen youtuber also bria und schleich youtuber die ich auch mega mag auch irgendwie privat kennenzulernen mit dem mich irgendwie auszutauschen also mein ziel ist es jetzt nicht irgendwie eine bestimmte abozahl sondern einfach nur dass es euch spaß macht meine videos zu gucken dass es mir spaß macht die videos zu machen dass ich euch ein lächeln ins gesicht zaubern kann dass man vielleicht mal über mich spricht dass ich ja keine ahnung und dass ich dann vielleicht noch mal kontakt zu den etwas größeren bria und schleich youtuber aufbauen kann ja das war dann eigentlich auch schon das fragen und antworten video und ich weiß nicht wie sollte das hier so hängen hat ja ja das war dann jetzt auch schon das fragen und antworten video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr bock auf den ein wort tag oder den dies oder das tag habt dann schreibt es mir einfach in die commis weil die die letze sind schon vorbereitet mein hals kackt jetzt gerade wieder ab ja ähm ich würde mich auch sehr über einen kombi freuen video vorschläge auch sehr gerne sehr gerne ähm oder vielleicht ein daumen hoch äh das ist schon gesagt keine ahnung oder auch vielleicht ein abo wenn euch mein kanal gefällt und ja dann sage ich einfach bis zum nächsten mal und ja schau schau wir 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 ihr